Julius Veith Hans Schneuer von Karolsfeld war ein Maler der deutschen Romantik. Neben Friedrich Oferbeck ist er der bekannteste Maler der nazarenischen Kunst. Leben Julius entstammt der Künstlerfamilie Schneuer von Karolsfeld. Er ist der jüngste Sohn und Schüler des Malers Veith Hans Schneuer von Karolsfeld. Seine Brüder waren ebenfalls Maler, Ludwig Ferdinand und Eduard. Er besuchte die Thomasschule zu Leipzig. 1811 begann Julius Schneuer sein Studium an der Wiener Kunstakademie. Er schloss sich einem lockeren Kreis von Künstlern um Ferdinand Johann von Olivier an. Diese stehen der nazarenischen Kunst nahe. Im März 1817 wurde er in den Lukasbund, die künstlerische Vereinigung dieser Bewegung, aufgenommen. Im Sommer dieses Jahres unternahm er mit den Brüdern Ferdinand und Friedrich von Olivier eine Reise ins Salzburger Land. Die bestimmen für seine weitere künstlerische Entwicklung als Landschaftsmaler werden sollte. Im Oktober reiste er mit dem Dichter Wilhelm Müller nach Italien. Über Venedig und Florenz erreichte er im Januar 1818 schließlich Rom und schließt sich den dort lebenden Nazarenern an. Dort freundete er sich 1826 mit Karl Gottlieb Peschel an. 1827 wurde er von König Ludwig I. als Professor an die Münchner Kunstakademie berufen. Im gleichen Jahr heiratete er in Wien seine Frau Marie Heller, die Stieftochter von Ferdinand Olivier. Das Ehepaar hatte zusammen sechs Söhne und drei Töchter, darunter der Tenor Ludwig Schneuer von Karolsfeld. Der erste Sänger des Tristan und Karl Schneuer von Karolsfeld, späterer Generaldirektor der königlich-bayerischen Staatseisenbahnen. 1842 wurde er mit dem Orden Purlimerit für Wissenschaften und Künste ausgezeichnet. 1846 trat er eine Professur an der Kunstakademie Dresden an und wurde Leiter der Dresdner Gemäldegalerie. Mit Karl Grünersen und Karl Schnase war von Karolsfeld Begründer und Mitherausgeber des christlichen Kunstplatz für Kirche, Schule und Haus. Julius Schnorr ist gemeinsam mit seinem Sohn Ludwig auf dem alten Annenfriedhof in der Dresdner Südvorstadt begraben. Im Jahr 1937 wurde in Wien Floridsdorfe die Schnorrgasse nach ihm und seinem Bruder Ludwig Ferdinand Schnorr benannt. Werke Julius Schnorr von Karolsfeld war der profilierteste Landschaftsmaler unter den Nazarenern. Kenner zählen seine Darstellungen der Albaner und Sabiner Berge in Italien zu den besten Landschaftsdarstellungen des 19. Jahrhunderts. Einerseits war ihm eine starke Anlehnung an die Wirklichkeit wichtig, seine Landschaften sind bis ins Detail naturgetreu und nicht heroisch oder visionär wie bei anderen romantischen Malern. Andererseits kann man sie nicht als realistische Vedoten bezeichnen. Noch wichtiger als der Realismus der Darstellung ist in ihnen eine feierliche Innerlichkeit, die häufig durch die Verknüpfung mit einem religiösen Motiv geprägt ist und die typisch für die nazarenische Bildkunst ist. Veranschaulicht werden diese Merkmale beispielsweise im Gemälde die breite Föhre nächster Brühl bei Mödling, das sich heute im Wiener Belvedere befindet. Im Auftrag des Naumburger Domherren Immanuel Christian Leberecht von Impechen stand ab 1820 Dekasekunden Gemälde Lasset die Kindlein zu mir kommen. Auch Christus segnet die Kinder genannt für den Christuszyklus im Naumburger Dom. Das Gemälde ist 1931 im Glaspalast München verbrannt, Teile des vorbereitenden Kartons befinden sich im Nachlass Rebnitz im Behnhaus in Lübeck. In den Jahren von 1821 bis 1827 war Julius Schnorr maßgeblich beim Ausmalen des Casino Massimo in Rom beteiligt. Er malte dort die Fresken im Ariosch-Zimmer. Dieser Großauftrag begründete maßgeblich die künstlerische Reputation der Nazarener. 1827 kehrte er nach Wien zurück, wo er heiratete. Danach erhielt Schnorr von König Ludwig I. den Auftrag im Königsbau der Münchner Residenz fünf Seele mit Szenen aus dem Nebelungenlied auszumalen. Er entwarf einen komplexen romantischen Bilderzyklus, der allerdings aufgrund verschiedener Schwierigkeiten erst 1867 vollendet wurde. Zu dieser Verzögerung trug unter anderem der Auftrag Ludwig Sie. Im Jahre 1835 bei auch die drei Kaisersäle im Festseilbau der Residenz mit Fresken zu schmücken. Im Gegensatz zu den Kaiserfresken sind die Nebelungenseele erhalten. Von 1851 bis 1860 schuf er in einer Reihe von 240 Holzstichen eine umfangreiche Bibelillustration. Diese Bilder zur Bibel entwickelten eine erstaunliche Wirkung, die weit über nationale und Konfessionsgrenzen hinausreichte und in Deutschland die Bibelfrömmigkeit von Generationen prägte. Neben Gustav d'Or gilt Schnorr als der wichtigste Bibelillustrator des 19. Jahrhunderts. Obwohl Julius Schnorr Lutheraner war und im Gegensatz zu einigen anderen protestantischen Künstlern niemals zum Katholizismus konvertierte, malte und zeichnete er innig religiöse Jesus- und Mariendarstellungen. Sein Gemälde Maria mit Kind von 1820, das im Weihraff-Richards-Museum in Köln ausgestellt ist, ist eines der bekanntesten Werke dieses Genres aus dem 19. Jahrhundert. Viele dieser religiösen Bilder wurden und werden massenweise in kitschiger Reproduktion als Andachtsbilder veröffentlicht. Man tut diesem vielseitigen Maler jedoch unrecht, wenn man ihn aufgrund dieser Massenkopien als kitschier verunglimft. Dass er nicht in dieses Schema passt, zeigt auch die Tatsache, Dass er als einziger nazarenischer Künstler eine ganze Reihe von empathisch gezeichneten Aktdarstellungen hinterlassen hat, Museen Eine reichhaltige Sammlung von Bildern Julius Schnorr von Karolsfeld, insbesondere viele Landschaftsbilder, sowie ein Porträt von ihm. Gezeichnet von Friedrich von Olivier, besitzt die Galerie Neue Meister in Dresden. Zusätzlich befinden sich zahlreiche Groß- und Kleinvermeisch-Gemälde im Bestand des Belvederes in Wien. Ausstellungen Die Zeichnungen Kupferstiche und Bilder von Julius Schnorr von Karolsfeld werden bis heute immer wieder in Sonderausstellungen in unterschiedlichen Museen gezeigt. 1973 wurde Schnorrsch römisches Porträtbuch im Kupferstichkabinett der Akademie der Bildenden Künste in Wien gezeigt. Bereits ein Jahr später widmeten ihm die staatlichen Museen zu Berlin eine Ausstellung, in der Schnorrsch zeichnerisches Werk vorgestellt wurde. Knapp zehn Jahre später, von November 1982 bis Februar 1983 kuratierte das Clemens-Selz-Museum in Neuss eine Schau zur Schnorrsch bekanntest im Werk. Der Bibel in Bildern, sowie zu anderen biblischen Bildern der Nazarener. Wiederum vergingen ungefähr zehn Jahre bis im Museum der Bildenden Künste Leipzig und in der Kunsthalle Bremen eine Werkschau zu Julius Schnorr von Karolsfeld zu sehen war. Im selben Jahr präsentierte das Landesmuseum Mainz Schnorrsch Zeichnungen, welche im Anschluss noch im Palais Preising in München ausgestellt wurden. Das Kupferstichkabinett und die Rüstkammer der staatlichen Kunstsammlungen Dresden zeigten 1999-2000 die Kartons für die Wandbilder der Münchner Residenz, die das Leben Karls des Großen illustrierten. Kurz darauf wurden im Haus der Kunst in München und wiederum im Dresdner Kupferstichkabinett Schnorrsch Zeichnungen ausgestellt, die er während seiner Zeit in Italien anfertigte. Gegenwärtig findet vom 30. April bis zum 31. Juli 2016 die Sonderausstellung Die Bibel in Bildern Zeichnungen von Julius Schnorr von Karolsfeld im Lutherhaus Eisenachstadt Buchausgaben Julius Schnorr von Karolsfeld Evangelium in Bildern Edition Tempelbibliothek ISBN 9783930730360 Julius Schnorr von Karolsfeld Die Bibel in Bildern 240 Darstellungen erfunden und auf Holz gezeichnet 2. Nach der R. D. A. U. S. G. Leipzig Wiegant 1860 Zürich Theol Werle